Hallihallo! Ja, ich spiel doch einen Hack. Das ist ein besonderer Hack. Wir ziehen das innere Rode. Veränder, das ist zu gern, aber ich war zu spät. Na ja, gestoppt. Und wir spielen! Ich spiel dem Ponymon. Ich war so nicht, ich hab mir jetzt einfach einen Hack und mein kleinen Hack ist geschnappt. Und ja, ich hab einfach eine Dabein-Version von Ponymon genommen und das ist wie Downwind. Wow, ganz gut. Äh, okay. Das Geräusche war, glaube ich, von Trattini. Ich verwechsel die Geräusche. Gerne. Oh ja. Ich weiß noch nicht, was die Grenzen nur hieß. Das wäre ein Ponymon. Hier. Ja, ein Hack, ja ja. Ja. Da wurde ein bisschen was geändert. Sowas wie das hier. Ich muss das können. Ich weiß noch nicht, ich wollte schon immer einen Hack. Let's play. Okay, Junge oder Girl. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich... Aber ich nehm einfach den Jungen. Ich nehm einfach den Jungen. Ich kann das nicht. Der Name ist... Wie nenn ich den Spacko? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm... Wie nenn ich den? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Ähm... Es wird wie ein Game. Und... Ja... Ich... Nein, alter Name ist mir grad nicht eingefallen. Ähm... Grand Soul... Okay... Ist leider Englisch. Ich versteh wenig Englisch. Und den Spacko nennen wir. Und den Spacko nennen wir. Ich weiß was anderes. Raven! Ein... Eigentlich... Soll der Name auch von Elf wird sein, weil... Ich hab mich mehr mit den Gamer auseinandergesetzt und... Ja... Raven gegen Elswirt. Elswirt ist nicht nur ein Spiel, sondern... Naja... Ist eben dein Online... Spiel und so... Und da ist... Ich glaub passt... Ähm... Okay... Ich kann... Einfach... Rot... Ich will einfach... Roten Rand haben. Oh Gott! Der Traum wurde verändert! Das wird gehen schon mal gut! Was steht hier? L.A.S. Ui! Grinser, Attacke, Grinser, Backe! Ich weg nicht mit ihr, weil ich es kann! Obwohl es ein Hack ist! Sweet M.A. Quid! Ist ja so süß! Oh nein! Professor ist alt! Warte! 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 Ich hab noch einige Hacks... Auf petto! Die kann ich ja schon mal sagen! So... Drei Hacks wenigstens noch! Ich muss mir das da relativ verkneiten! Ich freue mich einfach nicht! Okay, wenn wurde ich? Hat das Geräusch von... Dodo oder Dut? Vivo! Pikipi! Oder... Twilight! Das klang irgendwie nach Chaneira! Hm... Ich nehm einfach Rainbow! Rainbow sieht cool aus! Und ich mach das Design einfach! F- Hm... Nee, ich geb keinen Spitznamen! Twilight! Mal sehen! Theoretisch... Hat er jetzt... Ich hätte ungefähr... Ab dieser Samen... Das heißt, er hätte dann jetzt... Glumanda! Oh Gott! Ich hoffe, damit kein Quid kommt! Ich... Das kann einfach nicht anders aus gründen! Wie beklopft! Das sind... Das sind... Ja... Alles Girls hier! Hauptsächlich! Ich kenn mich auch in der Ponywelt auch etwas aus! Weil... Ich kenn von... Ich kenn von... Von... Wua... Das soll wahrscheinlich Teckel sein hier! Das heißt... Hoofstorm heißt dann ungefähr... Jedes... Vonnie kann Lars! Und... Ich hab's jetzt ein bisschen tektisch angehen lassen! Weil... Rainbow ist einfach... Rainbow ist... ...schnell wieder blöd! Und ich weiß nicht den Typ! Ich werd mich nach den Kammern sehen! Und... Wani... Wird jetzt vernichtet! Ich kenn... Einfach jetzt zwei... Weil... Sieht süß aus! Und... Rainbow... Startet schon! Den... Mit... Volle Kahn in... Das Gesicht... Von Twilight! Eieiei... Grinsattacke des Grauen! Zum Glück bin ich nicht... Einmal so auf Bericht gegangen! Dann wär's noch mehr! Ja... Hm... Loli? L... 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 Okay! Ähm... Okay! Keine Fähigkeit wie es aussieht! Ist... Nicht so gut! Wahrscheinlich hat er mal keine Idee gehabt! Kann ich wohl teilweise verstehen! Und wir heilen erstmal uns! Ich will den Drang nicht nutzen! Ich will lieber Geld sparen! Ja! Ponymon! Ich hab da immer noch nicht auf die Karte geschaut, aber ich will mich einfach immer loschen lassen! Die Meld sieht bis jetzt aus wie... ... 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 Hier sieht es irgendwie immer für mich aus! Wahrscheinlich hat pixel falsch gesessen! Kann ich.. Aber ich hol... ... ... ... ... ... ja nämlich aber dank dem pik sieht es ganz schön aus ich fand ich da alles ich will mich nicht zum matschen lassen weil ich werde hier alles fangen was ich kann das ist kein challenge das ist einfach poni-mon und poni-mon ist für mich ja das ist ein hack hack neue edition in dem fall ist mehr mäßig aber so wie es aussieht naja eine sweetie bell hier ist kein f4 weil in der normalen serie ok level 4 ganz schön aus ich muss er haben und teile doch ein bisschen viel aus für das level ok jetzt benutze ich ein juice ich will nicht damit uns ein kleines einhund vernichtet totstammt ah mauzi das ist eine wilde karte Mist Dash? Okay, wir haben Dash gelernt! Wir haben der Pilly Dash und sie hat Dash gelernt. Irgendwie finde ich das nicht wichtig. Ponyville! Wir haben Ponyville dabei! Vorher haben wir unsere kleine Rainbow. Wir haben... Das ist... Ein Ponycenter! Ich glaube. Und ich will mich auf Aurora schauen. Also schau ich nicht auf die Karte. Aber bestimmt wird alle Zielberechen sein. Wie bei normalen. Ich muss erstmal schauen. Ponymoncenter! Genau! Und das ist jetzt hier der Ponymarkt, oder? Ja! Ich mag den Macher! Und die Sprachboxen wurden auch geändert. Oh, ich möchte gerne über einen Heck stellen. Wenn ich das so sehe. Jetzt müssen wir leider noch schleichen. Aber dann später können wir rennen. Mit Grensepower rennen wir. Und ich will nicht antreten. Also nutze ich mal den Sprachweg. So beginnen wir weniger Ponyons. Oder besser gesagt Ponys. Und... Werden nicht wirklich angegriffen. Weil ich möchte noch ein... Ach, ich will da über heißen um. Naja. Wie soll's am besten sagen? Am besten um... Wie soll's am besten sagen? Wie soll's am besten sagen? Oaksparcell. Okay. Parcell soll Paket wahrscheinlich heißen. Aber ich glaube nicht. Naja. So oder so. Ich will hier alle Ponys schnappen. Was ich kriegen kann. Auch wenn ich mega pärte damit. Aber ist mir egal. Ponyball! Ich will nämlich aussehen. Und übrigens, ich kann eigentlich so lange hintereinander aufgehen, wie ich will. Und das Stück, was dann fehlt... Das ist bei diesen Stunden.